Seit mehr als 35 Jahren ist Lockring die bevorzugte Alternative zum Löten. Lockring ist günstiger, liefert eine bessere Qualität mit geringerem Ausfall und Leckraten und spart zusätzlich bei jeder Verbindung Zeit. Außerdem ermöglicht das Lockring-System die Umstellung von Rohren und Komponenten des Kreislaufs auf kostensparende Werkstoffe wie zum Beispiel Aluminium. Mehr als eine Milliarde Lockring-Verbindungen wurden bis heute erfolgreich in der Serienfertigung von Kühl- und Gefriergeräten sowie Klimaanlagen eingesetzt. Damit ist Vulkan Lockring der Weltmarktführer bei nötfreien Rohrverbindungen für Kälte- und Klimatechnik. Lockring spart Direktkosten für Silberlot und hochqualifizierte Mitarbeiter ein. Zusätzlich reduziert Lockring häufig Folgekosten des Lötens, die aus Undichtigkeiten, Korrosionen, schädlichen Dämpfen, Beschädigungen, Verbrennungen oder aufwändigen Rohrverarbeitungen resultieren. Lockring kann sogar die Anzahl der erforderlichen Verbindungen verringern. Eine korrekt ausgeführte Lockring-Rohrverbindung ist absolut ausfallfrei und dicht, sowohl in der Produktion als auch im Feld. Die Lockring-Montage dauert nur 10 Sekunden. Das reine Löten dauert in der gesamte Lötvorgang, einschließlich Schleifen, Beschichten und Entfernen von Zunder, macht Lockring zum klaren Siegel. Je mehr Lockringe montiert werden, desto deutlicher wird dieser Zeitvorteil. Häufig wird Kupfer in Kältemittelkreisläufen verwendet, weil es sich einfach löten lässt. Allerdings ist Kupfer schwer und teuer. Lockring eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten. Die Lockring-Single-Ring-Montage ist ganz einfach. Schieben Sie den Lockring auf das Innenrohr. Führen Sie das Innenrohr in das Außenrohr ein. Tragen Sie den Füllstoff Lockprep auf. Lockprep fließt selbst in allerfeinste Hohlstellen, füllt Sie komplett aus und macht die Verbindung damit 100% dicht. Verwenden Sie anschließend unser hydraulisches Montagewerkzeug. Nach dem Betätigen des Drucktasters wird das Außenrohr von den Klemmbacken festgeklemmt und der Lockring 1-3 mm über das Rohrende geschoben. Fertig! Neben dem hydraulischen Montagewerkzeug bietet Vulkan Lockring auch ein hydraulisches Aufweitwerkzeug zum Aufweiten von Aluminiumrohr an. Weiterhin ist ein pneumatisches Abklemme- und Montagewerkzeug erhältlich. Mit diesem können Sie die Rohrenden nach Befüllung des Kältekreislaufs verschließen. Die Lockring-Single-Ring-Verbindungen und Werkzeuge werden von Vulkan Lockring selbst entwickelt, konstruiert, hergestellt und vertrieben. Vulkan Lockring hat das patentierte Lockring-Rohr-Verbindungssystem erfunden und entwickelt. Seit mehr als 35 Jahren entwickeln erfahrene Ingenieure im Deutschen Entwicklungszentrum neue Lösungen für Kundenanwendungen. Etwa 500.000 Lockringe werden täglich auf modernen Multispindelautomaten in Deutschland, Brasilien, Indien, den USA und in China hergestellt. Deshalb ist Lockring der optimale Partner, was Sicherheit, Flexibilität und Logistik angeht. Der deutsche Standard des Qualitätsmanagements gilt als Maßstab für die internationale Herstellung von Lockring. Das zertifizierte Qualitätsmanagement und der Einsatz hochentwickelter Systeme der industriellen Bildverarbeitung stellen die hundertprozentige Qualitätskontrolle sicher. Sie möchten planende und beratende Unterstützung, um Kältekreisläufe durch lötfreie Rohrverbindungen zu optimieren? Sie bedötigen Hilfe bei der Einführung der Lockring-Technologie in Ihren Produktionsablauf oder Ihren Service? Mit mehr als 30 Tochterunternehmungen und Handelsvertretungen steht Ihnen weltweit ein kompetentes Team von Vulcan Lockring-Technikern zur Verfügung, um Sie direkt vor Ort zu unterstützen. Führende Hersteller von Kühl- und Gefriergeräten sowie Klimaanlagen vertrauen heute schon der zuverlässigen Lockring-Single-Ring-Technologie. Machen auch Sie Ihre Rohrverbindung einfacher, schneller und günstiger. Mit Lockring. Die beste Verbindung. Die beste Verbindung. Die beste Verbindung. Untertitelung des ZDF, 2020